Hallo liebe Astro-Freunde, eure Horoskope für den Monat März sind jetzt online. Warum unsere Frühlingsgefühle im März manchmal Achterbahn fahren und wie wir damit am besten umgehen können, das erfahrt ihr in meinen Monatshoroskopen. In der Neumond-Meditation geht es diesmal um Achtsamkeit und Heilung der Gefühle. In meiner Verlosung gibt es nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher zu gewinnen. Also, schaut mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.